ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode von WAMASA TURDENSHAIMSCHICHTS FLORIDA will ich noch kurz ein update geben das briskett ist dermaßen jaddi jaddi gut jetzt fragt sich mal da ist es man guck wieder mal der rauchring da rum die kruste da und innen drin so saftig wie man sich noch vorstellen kann ich muss mal sagen ich habe es jetzt ruhen lassen guck mal was da für ein Saft rausgekommen ist da da ist noch fett da aber genauso saftig schmeckt das auch da ist der ganze Rinder geschmack drin da ist der frischbacken Brot hier die Bohnen also ich werde es jetzt essen und meine freunde auch und wenn meine freunde von deutschland wieder kommen werden wir das noch mal machen dann machen wir mal auch eine competition wenn wir sie morgen machen die werde ich sagen wie das morgen abläuft mit der competition rippen deutsche art und rippen amerikanische art ja dann können wir das mal unter uns deutsche machen damit wir keinen stress haben bei unserem wochenende müssen wir es erholen damit das projekt vorankommt also bis dann und solche gräber 666 bis dann ciao